Die größten Fehler, die du vor und nach dem Gym machen kannst. Jetzt! Ein Video, was ein bisschen Mainstream ist, aber auch sehr interessant. Neue Sachen zum Verknüpfen, und zwar welche Fehler du vor und nach dem Gym machen kannst. Vorher Sachen, die deine Leistung einfach einschränken und somit dafür sorgen, dass du weniger leisten kannst. Ergo der Stimulus auch geringer ist, beziehungsweise schlechter, als wenn du es richtig gemacht hättest. Und darum kümmern wir uns jetzt als erstes. Einmal, keine Kohlenhydrate gegessen, beziehungsweise nicht genug Kohlenhydrate gegessen. Deine Glykogenspeicher sind einfach nicht prall gefüllt. Und wir wissen, dass wir im Bodybuilding Fast-Twitch-Energie brauchen, also gefüllte Glykogenspeicher, Glucose. Wird schnell verbrannt und wir können sofort Leistung bringen. Und deswegen müssen wir einfach prall geladen sein. Und deswegen müssen die Kohlenhydrate-Speicher, unsere Glykogenspeicher voll sein. Da gibt es keinen Weg drum rum. Am Anfang, wenn man noch Anfänger ist, ist es nicht so wichtig, weil du deine Muskeln noch nicht ansteuern kannst. Weil du gar nicht weißt, was eine krasse Performance ist. Du bist erstmal auf dem Weg dahin, überhaupt eine gute Performance zu bekommen. Aber spätestens, wenn du dann an den Punkt angekommen bist, wo du wirklich eine gute Leistung bringst, relativ zu deinen Leistungskapazitäten, also egal wie fortgeschritten du bist, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Wenn du oben an deinen Kapazitäten angekommen bist, relativ zu deiner Muskelmasse, dann musst du voll geladenen Glykogenspeicher haben. Sonst kannst du keine maximale Leistung bringen. Ich höre immer wieder Leute sagen, ich kann morgens nüchtern viel mehr, viel besser trainieren, habe viel mehr Energie, das ist alles Quatsch. Man fühlt sich vielleicht so, aber Fakt ist, man braucht, um Gewichte zu bewegen, einfach Kohlenhydrate. Das ist klar, geladene Glykogenspeicher, das muss vorhanden sein. Das heißt, guck, dass du genug isst vorher. Oder wenn du zum Beispiel schon nach einem Meal trainieren gehst, dass du mindestens Cluster Dextrin mit Whey-Protein trinkst. Das geht super schnell rein, das ist vielleicht in einer halben Stunde verdaut oder so. Oder zumindest kommt der erste Teil des Cluster Dextrins schon nach einer halben Stunde in deinem Körper an, dass du sagen kannst, alles klar, jetzt habe ich Energie zum Trainieren. Wenn du eine Stunde Zeit hast, bevor du zum Sport gehst, mach ein Reis-Pudding mit Whey-Protein, ist auch super. Natürlich, wenn du länger vorher Zeit hast, kannst du ganz normale Mahlzeiten essen. Fakt ist, du musst genug essen, musst geladen sein, das wissen wir jetzt. Dann eine Sache, die dich auch einschränkt. Wenn du zu viel Fett zu dir nimmst oder zu viel Protein und das Timing falsch hast. Zum Beispiel, Fett ist langsam verdaulich, Protein ist langsam verdaulich. Und du solltest, wenn du im Gym ankommst, solltest du so gut es geht alles verdaut haben. Denn unsere Verdauung braucht Blut und was wir in der Verdauung haben, in so einem Verdauungstrakt, das Blut, das können wir nicht in unseren Muskeln haben und wir haben nur 100% Blutvolumen. Das sollte klar sein. Das heißt, wenn die Verdauung aktiv ist, wenn wir gerade Lebensmittel verdauen, zieht sich das Blut in unseren Magen-Darm-Bereich. Und logischerweise ist unsere Performance dann schlechter, weil wir einfach das Blut nicht in den Muskeln haben. Deswegen solltest du gucken, wenn du vorher Fett oder Hähnchen konsumierst, dass der Abstand zum Training groß genug ist. Ich würde sagen, so zwei Stunden oder so ist gut. Dann ist ein großer Teil verdaut und dann kann man auch wieder gute Leistung bringen. Ich würde nicht 45 Minuten vorm Sport ein fettreiches Mehl essen, vielleicht ein Rindhähnchen und so. Da würde ich gucken, dass der Abstand wirklich groß genug ist. Im Zweifelsfall lieber Whey. Whey ist schnell verdauulich. Also mit einem vollen Magen oder vollem Verdauungssystem würde ich nicht ins Training gehen. Das wirst du aber auch merken. Wenn du verdaut hast, vollständig, ist dein Pump deutlich besser, als wenn du es noch nicht verdaut hast oder nicht genug verdaut hast. Du wirst nicht immer alles zu 100% verdaut haben. Das muss einfach nur der größte Teil sein, sodass du wieder Leistung bringen kannst. Das kannst du dir merken. Und was würde ich jetzt machen? Wie finde ich das heraus? Ich würde einfach ein bisschen ausprobieren. Ich würde mal gucken, wenn ich so meine Standard-Mahlzeit habe, zum Beispiel Reis mit Hähnchen und Erdnussbutter mal zum Beispiel. Dann probiere ich aus. Stunde vorher. Okay, ich merke, Pump ist noch nicht so gut. Eine Stunde 30. Okay, wird schon besser. Ja, zwei Stunden Monster-Pump. Ich bin wacher, fokussierter, bin prall geladen. Okay, gut. Dann hast du für dich herausgefunden, dass es ungefähr bei dir zwei Stunden braucht. Kann sein, dass es in der Diät eine halbe Stunde schneller geht, weil dein Verdauungssystem nicht so belastet ist. Das kann alles sein. Fakt ist, du musst für dich ausprobieren und da ein bisschen rumspielen mit den Zeiten. Ja, der eine braucht für Haferflocken zwei Stunden, der andere braucht für Haferflocken vielleicht anderthalb Stunden. Was wichtig ist, dass du nicht, während du am Verdauen bist, den größten Teil schon ins Gym gehst. Ja, also wir müssen voll geladen sein. Unser Fett- und Protein-Timing sollte natürlich angepasst sein, sodass wir nicht, während wir Verdauern ins Gym gehen, dann Hydration und Elektrolyte. Ist was, was viele vernachlässigt einfach. Ich habe ja schon tausendmal gesagt, Base-Powder und Salz. Ja, das sind dann alle Elektrolyte, die abgedeckt sind. Und genug trinken. Es bringt nichts, wenn wir Elektrolyte zu uns nehmen, aber keine Flüssigkeit. Es bringt aber auch nichts, wenn wir Flüssigkeit zu uns nehmen, aber die Elektrolyte nicht haben, um die Flüssigkeit auch zu speichern. Intra- und extrazellulär. Wir müssen prall hydriert sein. Das ist klar. Also genug trinken, genug Elektrolyte. Ja, meine Empfehlung, wie ich das mache, habt ihr in meinem Full-Deaf-Eating von der PrEP schon gesehen. Viele Leute, die das noch nicht gesehen haben, die können sich das gerne angucken. Dann Cardio oder andere ähnliche Sachen, die Erschöpfung verursachen, vor dem Krafttraining zu machen. Das ist auch unglaublich dumm, weil wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde aufs Laufband gehe oder eine Stunde oder Cardio mache oder ich helfe einem Kumpel bei Umzug und gehe dann zum Kraftsport oder weiß ich nicht, ich gehe joggen und gehe dann zum Kraftsport. Das ist alles scheiße, weil das zieht dir Energie. Das zieht dir Glykogen, das zieht dir Energie, ist erschöpfend und dann bringst du natürlich logischerweise im Gym nicht die volle Leistung. Und wenn Muskelwachstum dein Hauptziel ist, solltest du natürlich das immer zuerst machen, erholt und vollgeladen mit allen Nährstoffen, dann den maximalen Stimulus setzen und dann kannst du meinetwegen noch vielleicht aufs Laufband gehen oder dich bewegen oder einem Kumpel helfen. Aber zumindest hast du dann schon mal den maximalen Stimulus gesetzt. Wenn du es vorher machst, dann bist du wahrscheinlich gar nicht in der Lage, den maximalen Stimulus zu setzen. Das solltest du dir merken. Und eine Sache natürlich, Schlafmangel, wenn du nur vier Stunden geschlafen hast oder nur fünf Stunden geschlafen hast und du weißt, du brauchst mindestens sechs oder sieben Stunden, um erholt zu sein, um maximale Leistung zu bringen, dann würde ich im Aufbau vielleicht das Gym Skippen einen Tag nach hinten verschieben, wenn ich eine Rotation habe, das ist auch meine Empfehlung, einfach einen Tag Pause machen und dann weiter mit der Rotation. Weil ich bin der Meinung, im Aufbau ist eine Session, wo ich kein Progress mache, vielleicht nicht das Sinnvollste. Da würde ich vielleicht einen Tag Pause machen und dann am nächsten Tag sicherstellen, dass ich Progress mache. So mache ich das. Wenn ich in der Diät bin, ist das ein bisschen anders. Da ziehe ich einfach durch. Weil in der Diät geht es auch um Aktivität. Und ein Erhaltungsreiz ist deutlich leichter zu setzen als ein Wachstumsreiz. Wenn ich weiß zum Beispiel, ich kann meine Kraft halten, dann gehe ich auch so. Wenn ich aber weiß, ich kann definitiv im Aufbau gar keinen Fortschritt machen. Ich fühle mich so, als würde ich nirgendwo eine Rep mehr machen. Ich fühle mich auch mental nicht motiviert. Ich fühle mich einfach übermüdet und denke nur an mein Bett. Dann gehe ich auch nicht ins Fitnessstudio. Und das ist auch keine Loser-Mentalität oder Ausrede. Aber wenn ich weiß, dass das, was ich da tue, die zwei, drei Stunden ich investiere, mir eh nichts bringen, dann wäre es einfach nicht intelligent zu gehen. Und so gehe ich das an. Ich versuche natürlich immer, maximale Erfolge zu machen. Ich muss mir nicht selbst beweisen, dass ich Hardcore bin, mich da mit letzter Energie hinschleppen, keinen Fortschritt machen, vermutlich einen ganz kleinen Reiz setzen und mich danach noch beschissener fühlen. Dann zieht sich das in den nächsten Tag rein und so weiter. Das ist alles nicht sonderlich intelligent. Wenn ich weiß, alles klar, ich fühle mich wie ein Stück Scheiße, ich habe zu wenig geschlafen und das kommt natürlich auch nicht oft vor, dann mache ich einfach einen Tag Pause im Aufbau. In der Diät gehe ich meistens, einfach da muss man auch durchziehen, weil da fühlst du dich meistens eher erschöpft und schläfst wenig. So, zusammengefasst vorher, Glykogenspeicher laden, Fett-Protein-Timing, so dass der größte Teil verdaut ist und du Leistung bringen kannst, einen dicken Pump bekommst, Elektrolyte und Hydration maximieren, so dass ich maximale Muskelkontraktionen erzeugen kann. Keine erschöpfenden Sachen vom Sport, Cardio ist dumm, andere erschöpfende Sachen würde ich weglassen und natürlich auch Schlafmangel. Wenn ich zu wenig geschlafen habe, würde ich mir das nochmal überlegen, du solltest genug schlafen. Dann zwei Sachen, die nach dem Gym vielleicht nicht vorteilhaft sind und ich sage dir jetzt auch schon, wenn du einen maximalen Reiz gesetzt hast, dann kannst du ziemlich wenig falsch machen. Zwei Sachen würden mir jetzt einfangen, die sage ich dir jetzt, aber wenn du das hinter dich gebracht hast, was du hättest tun sollen, nämlich deine Übungen gemacht mit gleichbleibender Technik, hier und da ein Repp mehr, hier und da ein bisschen Gewicht mehr, du hast einen neutigen Stimulus gesetzt, du kommst aus dem Gym raus, dann hast du alles getan, was du tun hättest können. Zwei Sachen gibt es noch, wie sage ich dir jetzt, entzündungshemmende Sachen, sei es Kältetherapie, Hitzetherapie, also Sauna, Eisbad, oder auch intensives Cardio, Zone 2+, entzündungshemmende Supplemente, Kokumin, NAC oder Medikamente, Ibuprofen, nicht nur Ibuprofen, gibt es auch andere, diese Sachen solltest du auf gar keinen Fall vier bis sechs Stunden nach dem Gym zu dir nehmen, und vielleicht auch vorher nicht, sodass es sich in die Gym Session mit reinzieht, ein paar Stunden vorher definitiv auch weglassen, denn es verbessert zwar deine Regeneration, weil es entzündungshemmend wirkt, aber es schmälert gleichzeitig auch den Reiz, den du gesetzt hast, den Wachstumsreiz, und das verstehen viele nicht, die denken sich, ich habe aber weniger Muskelkater, wenn ich in die Sauna gehe, ja, aber du hast damit auch diesen Wachstumsreiz, den du gesetzt hast, teilweise neutralisiert, weil es dauert circa vier bis sechs Stunden, bis sich dieser Wachstumsreiz, den du durch die Gewichte gesetzt hast, gefestigt hat, ja, die metabolischen Prozesse, das dauert eine gewisse Zeit, und wenn du diese unterbrichst durch etwas entzündungshemmendes, Sauna, Eisbad, ja, intensives Cardio, entzündungshemmendes Supplemente oder Medikamente, ja, dann schmälerst du den Wachstumsreiz, ja, und das musst du einfach verstehen, es ist einfach nicht klug, wenn ich jetzt gerade zwei Stunden mir den Arsch aufgerissen habe im Gym, ja, und dieser Wachstumsreiz durch entzündungsfördernde Prozesse im Muskel, ja, ausgelöst wird unter anderem und vier bis sechs Stunden braucht, bis er durch ist, durchgegangen ist und der Körper sagt, alles klar, jetzt baue ich Muskeln auf, ja, diesen, diesen Zeitraum von diesen vier bis sechs Stunden, in dem solltest du gar nichts machen, ja, was mit diesem Reiz Interferenzen erzeugt und diesen wieder verringert, ist einfach dumm, du hast dir jetzt gerade zwei Stunden den Arsch aufgerissen, also warte vier bis sechs Stunden, bevor du das machst, im Idealfall würde ich sagen, an diesem Tag gar nichts, ja, wenn Muskelaufbau dein oberstes Ziel ist, lass die Sachen weg und mach sie nur an einem Restday, also ich meine Sauna, Eisbad und so weiter, richtig krass intensives Cardio, ja, hier die Subs, die kannst du meinetwegen auch, ja, sechs Stunden nachher einwerfen, ja, einfach gucken, wo ist der größte Abstand, morgens oder abends und dann einfach morgens oder abends nehmen, das ist okay, aber wie gesagt, ist einfach nicht schlau, irgendwelche stark entzündungshemmenden Tätigkeiten oder Subs oder Medikamente einzunehmen, wenn ich möchte, dass mein Muskel maximal wächst, soviel dazu und eine Sache noch, zu lange mit Essen warten, nein, es gibt kein Anabolisfenster, brauchst du jetzt nicht in die Kommentare schreiben, keine Sorge, aber was passiert, wenn ich zu lange mit dem Essen warte, ja, ich muss stopfen, ja, ich bekomme mein Essen vielleicht nicht vollständig rein oder ich verkacke mein Proteintiming, ja, mehrmals am Tag hochwertiges Protein und das sind so Sachen, die wirken sich einfach negativ auf deine Adherenz, deines gesamten Planes auf den Tag aus, deswegen, einfach sofort essen, wenn du nach Hause kommst, fertig, dann vielleicht noch, du isst dein Post-Workout, dann noch Mehl 4 und 5, dann hast du deine 6 Mahlzeiten, ja, wenn du wartest, musst du vielleicht 3 Mehl stopfen innerhalb von ein paar Stunden, kriegst dein Essen vielleicht nicht rein, verkackst dein Proteintiming, ja, das ist auf jeden Fall nicht so klug. Und außerdem, was noch ist, es gibt keinen Grund, mit dem Essen zu warten, außer, du bist vielleicht in der Diät und schaffst es sonst nicht, dein Defizit einzuhalten. Das wäre ein valider Grund, da kann man sagen, okay, ich schiebe das jetzt noch 2 Stunden raus und esse dann meine Mahlzeit nach dem Sport, ja, das ist okay, das mache ich vielleicht auch zumal in der letzten Phase meiner Wettkampfprep, das ist okay, ansonsten gibt es keinen Grund, warum du mit dem Essen warten solltest, ja, außer es ist irgendwas Zeitliches, du hast noch was zu tun, aber diese Sachen, die sind Fakt, wenn du zu lange beim Essen wartest, kann das sein, dass du stopfen musst, dich scheiße fühlst, dass du dein Essen nicht vollständig reinbekommst, was nötig ist, um zu wachsen im Aufbau, nämlich einen Kalorienüberschuss, ja, und du verkackst dein Proteintiming und diese beiden Sachen, die würde ich nach dem Sport nicht machen, ich würde einfach normal essen, nichts Entzündungshemmendes machen und so hast du dann den Wachstumsreiz, den du hier gesetzt hast, da hast du auf alles geachtet und dann gibst du deinem Körper einfach Zeit mit den Nährstoffen und lässt ihn einfach machen, ja, im Idealfall machst du einfach nichts Krasses mehr, was Interferenzen erzeugt und dann wächst du, ja, so sollte man das machen, denn wenn du die Arbeit erledigt hast, macht der Körper alles von alleine, wenn du den nicht unterbrichst dabei, ja, so, ihr könnt, ihr seht schon, also, vorm Sport kann man viel falsch machen, wenn du dann den Stimmmodus gesetzt hast, kann man nicht mehr viel falsch machen, einfach essen, nichts Entzündungshemmendes machen, was stark Entzündungshemmendes, was stark Entzündungshemmend wirkt und dann wächst du, ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, bis dich sicherlich hier oder da erwischt haben, dass du mal irgendwas falsch machst, wenn du noch was hast, wenn dir noch was einfällt, welchen Fehler man noch vor oder nach dem Sport machen kann, der fatal ist für deine Erfolge, schreib ihn einfach in die Kommentare, bin mal gespannt, was sich dann auch so finden lässt und bis zum nächsten Video.